20 Minuten Und das will ich mir noch einziehen Wahrscheinlich habt ihr mitbekommen, dass der Streamer RealBudzi Einen Monat nachdem er seinen Casino-Deal angenommen hat Direkt wieder von Twitch gebannt wurde Der Grund dafür war Das er angeblich links zu einem Online-Casino auf sein Profil geteilt hat Was er zwar abstreitet, aber Twitch hat gesagt Sie huckt mich doch nicht Und für einen kurzen Moment dachte man, die Twitch-Karriere von RealBudzi wäre damit beendet Bis Kick.com sie wiederbelebt hat Bam! Knapp 3000 durchschnittliche Zuschauer, die bis zu 5800 raufgehen Und das bei gerade mal 7000 Followern Das ist ein unglaublich unrealistischer Wert Wenn man davon ausgeht, dass von der Followerzahl maximal 1-3% der Personen Wirklich regelmäßig an den Streams teilnehmen Also wirklich zuschauen Nicht im Chat aktiv sein oder sonst irgendwas Lurken oder Da sind Da ist das natürlich wirklich eine heftige Zahl Alter, ich hab 7000 Follower Warum schütt mir keiner zu? Ja, jedenfalls hat Hans-Fobot das auch gesehen Und direkt mal gegen Batzi und gegen die ganze Casino-Bubble geshootet Wie kann man denn denken, dass wenn man 50.000 Follower auf Twitch hat Dass man 50.000 Leute auf eine fremde Plattform mit rübernimmt Das funktioniert nicht Kickt eine Plattform, die keinen Benutzerfluss hat Da ist ein Batzi online mit 5000 Zuschauern Gleichzeitig ist dann Orange Morgange unterwegs mit 2500 Zuschauern Und ein Skoros ist da online mit 1900 Zuschauern Das wollt ihr mir erzählen? Die pushen diese Zahlen künstlich hoch, damit es interessant wirkt Für neue Leute dort zu streamen True Es ist true This is something that I think as well Bin mal gespannt, was Stays Meinung dazu sagen wird Ich hab jetzt auch ein bisschen mehr von Kick mal angeschaut Ich halte von dieser Plattform überhaupt nichts Für mich ist sie Schmutz Viewbotting ist dort ein riesengroßes Problem Was heißt Problem? Für die ist es geil, weil sie künstlich halt ihre Zahlen hochpushen Ich meine, hier auf Twitch läuten ja bei den streamenden Personen sofort die Alarmglocken Wenn auf einmal der Viewcount dann halt Werte erreicht, die normal nicht da sind Und es ist sofort die Panik Wer bottet mich hier und was kann ich dagegen machen und Hilfe, Hilfe Wo man im Grunde genommen nichts dagegen machen kann Ist nur blöd, wenn man selber die Person ist Und das kommt raus Dann kann es auch mal sein, dass Twitch sagt Mach mal eine Pause Überleg mal, was du gemacht hast Und wenn du genug überlegt hast Dann lassen wir dich vielleicht aus der Stehenecke wieder raus Und bei Stack ist das Programm Also wenn man sich die Statistiken von Stack anschaut Das ist alles hardcore gebottet Weil sie einfach die Zuschauerschaft künstlich aufbauschen wollen, müssen Um im Gespräch zu bleiben Und als Konkurrenz dazustehen Ja, Orange Moins hat als logische Konsequenz darauf Erstmal mehrere hundert Euro an Tanzverbot gespendet Dann behauptet er, er würde Drogen nehmen Und dann seine Adresse gelegt Meiner Meinung nach absolut verständliche Reaktion Ja, Filter Mich hätte es aber trotzdem interessiert So, was ist da eigentlich wirklich dran an den Vorwürfen Und warum wechseln gerade alle Casino-Streamer auf kick.com Wir versuchen es heute herauszufinden Hier bei Wissenswert Was genau meine Naja, warum wechseln immer mehr streamende Personen wohl von Twitch auf Kick Weil sie hier das Glücksspiel nicht so hart bewerben können Weil es gegen die Terms of Service verstoßt Und sie dann einfach weggebannt werden Zu Recht, wie ich finde Ich finde es immer noch blöd, dass wir die Kategorie Slots oder sonst irgendwas überhaupt auf Twitch haben Und dass man Glücksspiel nicht einfach rausschmeißt Ich hätte es immer wieder machen können Ich lebe in Schleswig-Holstein Aber ich käme niemals auf die Idee Alleine auf Basis der Verantwortung Die ich gegenüber den zuschauenden Personen habe Weiß ich, wie alt hier alle sind Weiß ich, wie leicht sich Personen von meinen Aussagen beeinflussen lassen Nein Dementsprechend halte ich mich von solchen Sachen Komplett fern Und ganz ehrlich Ich finde Glücksspiel Schmutz Ich mag selbst Lootboxen und all diesen Kram nicht Oder Trading Cards Wo halt nichts anderes gemacht wird bei einigen streamenden Personen Als sich irgendwelche megateuren Booster Packs in Kartonweise zu holen Um nichts anderes zu machen Als diese im Stream auszupacken Und dann komplett auszurasten Ja und dann hast du da einen Arsch voll Karten liegen Wenn du da nicht weißt und dich nicht in der Szene auskennst Weißt du nicht, wie du sie veräußern sollst Ist dann einfach auch nur Geld, was ausgegeben wurde Also ich muss schon sagen Also von den ganzen Meinungsvideos Zusammenfassungsschnitten Das ist ja auch dieses Alpha-Cavanges-Nero-Zeug Ist das Editing Und wie das Video gemacht wird vom Humor Ist mir beim Kaiser am liebsten Das ist wirklich ein schöner Humor Das macht mir immer Spaß zu gucken Muss ich ganz ehrlich sagen Gefällt mir sehr gut Wirklich Ich muss ihm auch noch folgen Das ist grundsätzlich eine coole Sache Bei der besten Sendung auf ganz YouTube Ihr habt es richtig gehört Heute geht es um kick.com Und by the way Ich weiß, dass das Thema mit Tanzverboten und Orange-Morange Und so komplett ausgelutscht ist Aber das ist kein Problem Ich schreibe einfach in den Titel Kuchen Talks Dann passt das schon Spaß beiseite Es gibt eine neue Streaming-Plattform Das ist ein Videotitel von Stay Der kam vor ungefähr drei Monaten online Als ich das erste Mal was von kick.com gehört habe Und ich habe Grüße Da habe ich mir gedacht Digga, na und? Twitch an sich ist das komplette Monopol Die haben so viele Versuche schon gehabt Gestürzt zu werden Mixer, Trovo, Facebook Gaming Sogar YouTube kommt mit ihrer Livestream-Funktion Nicht mal annähernd an Twitch ran Aber wenn man sich nur ein paar Minuten mit kick.com auseinandersetzt Dann ist es richtig interessant Und das Interessante ist auch Dass Facebook zum Beispiel Ihr Streaming-Angebot immer weiter zurückfährt Weil es nicht den gewünschten Erfolg erzielt hat Naja Aber es war ja auch nicht anders zu erwarten Ich habe keinen Bock zum Beispiel Und ich denke mal Ich bin da wirklich ausnahmsweise mal eine Schnittmenge Dass andere genauso denken Ich habe keinen Bock da mit meinem bürgerlichen Namen In irgendeinem random Stream zu sitzen Mit einer unglaublich gerottigen UI Und dann da zu chatten Und der Chat ist dann meist da drunter Und das macht optisch sowieso keinen Sinn Und ist sehr unangenehm Also die Experience Das Streaming auf Facebook Habe ich Bei den Streams Die ich mir mal angeschaut habe Als unglaublich unpraktisch Und unangenehm empfunden War nicht schön Und es wird noch nichtmals mehr beworben irgendwo Es gibt noch nichtmals den Reiter Und der Reiter Der zu Gaming führt Ist irgendwo Jetzt wenn man seine Tabs aufmacht an der Seite Ist irgendwo in so einem Unterordner verschwunden Also ich denke mal In der nächsten Zeit Kommt dann die Meldung Dass Facebook Ihren Streaming-Dienst Dichtmachen werden Das größte Mysterium Rund um die ganze Plattform Ist wem sie gehört Und ich weiß Das klingt richtig deppert So ja Bro Kaiser Schau halt einfach ins Impressum rein Ah ja Swipe Du geiles Sau Wir haben es gelöst Normalerweise gibt es ja Auch bei jeder Webseite Aber das Interessante Aber das Interessante Oder das wirklich Spannende Bei der Sache Ist nicht der Subrate selber Sondern der Typ Der ihn gegründet hat Und da ist ein Reddit Subreddit aufgemacht worden Mit r slash kick Und just in dem Moment Wo das aufgemacht wurde Ist einem aufgefallen Dass der Nutzer Oder einer der Nutzer Der das Kick Reddit aufgemacht hat Dass der Auch das Steak Reddit aufgemacht hat Das ist diese Gambling Plattform Steak Und in dem Moment Wo das entdeckt wurde Wurde der Account gelöscht Huh Huh Der Stay einfach zum Minecraft Dorfbewohner geworden Huh Was hat es aber da Frage geklingen Hä Hm Mit Aufsicht So diese Connection Zwischen Steak Und kick.com Das könnte natürlich Als Zufall sein Vielleicht Aber auch nicht Wir versuchen es herauszufinden Davor aber natürlich In alter Frische Erstmal ein Wort Von unserem Sponsor CyberGhost VPN Ich hab nämlich letztens Hier in meinem Studio Da ist also das Da ist also das Placement vom Ketzer der Neuzeit gelandet Aha 45 Tage Sind zwar auch eine lange Zeit Aber nicht mal so lang Hat es gedauert Bis der Streamer Trainwreck Bekanntgegeben hat Dass Eddie Craven Der Mitgründer von Steak.com In Kick investiert hat Kick hat das in einer E-Mail Bestätigt Und meint Craven Ist involviert bei Kick Aber Steak an sich Ist es nicht Das macht das Ganze Natürlich wieder Bisschen spannender Ja dieser Steak ist es nicht Das sind nur die Erschaffer von Steak Und Investoren von Steak Aber Steak Hat damit gar nichts Zu tun Jetzt nimmt er mir Die Worte einfach aus dem Mund Das ist genau das gleiche Was ich gerade sagen wollte Nein natürlich nicht Natürlich muss man das Komplett differenziert betrachten Das eine ist die Privatperson Die ist nur ganz zufällig Der Gründer von Steak Ganz ganz zufällig Das darf man ja nicht in Relation zueinander sehen Und da sind da noch Natürlich keine Firmeninteressen da Nein Craven Dude hat selber auch schon Auf Kick hat live gestreamt Während er natürlich In seinem eigenen Casino spielt Aufentspannt Aber das helft ich Oh mein Gott Digga Der überhaupt ist ja das hier Der Twitter-User Dexerto Hat eine angebliche Stellenausschreibung Von Kick.com gepostet In der steht Das Kick Der Twitter-User Dexerto Das ist Eine Medien Also das ist eine Das ist eine Nachrichtenagentur Die machen Also Das ist eine Presse Also das Das Presse Joblisting claimed That Kick is a new venture Created by the founders Of EasyGo and Steak Ein neues Projekt Von den Gründern Von EasyGo and Steak ist Die Vision ist es Der führende Anbieter In der Glücksspielbranche Zu werden Und gesucht werden Leute die Slot-Spiele programmieren Tschüss Bruder Okay Ich weiß halt nochmal Ich weiß nicht Ob das jetzt hundertprozentig legit ist Und sowas Es sieht legit aus Es ist legit Ich hab hier nochmal So ein So ein Hochformat Ding davon Aber das worum es mir halt geht Ist es ergibt halt auch einfach Sinn Dass Steak irgendwie involviert ist In dem ganzen Zeug Weil überleg mal Der größte Konkurrent Für Kick.com Ist Twitch Und Twitch hat im Oktober Erst bekannt gegeben Dass sie Glücksspiele Jetzt Random Categories Also aber immer wieder Glücksspiel Und ich denke mir nur so Das ist doch eingeschränkt Warum wird es dann über die Startseite beworben Dass diese Kategorie für mich Wobei ich mich frage Wonach geht das auch immer wieder Ich hab überhaupt kein Interesse daran Ich klicke die Sachen immer weg Aber ich kriege die immer wieder rein Eigentlich sollte Glücksspiel komplett Von dieser Plattform verschwinden Ich bin ja mal gespannt Ich hab das komplett aus den Augen verloren Dass es auf EU-Ebene ja momentan Gegen Lootboxen und sowas angeht Ob da die Definition auch Glücksspiel zutrifft Ich weiß gar nicht was daraus geworden ist Müsste ich mich mal demnächst wieder einlesen Zum Beispiel jetzt im Moment Diese Webseiten hier Die ich jetzt gerade einblende Auf Twitch verboten Und das ist meiner Meinung nach Absolut Moment diese Webseiten hier Die ich jetzt gerade einblende Auf Twitch verboten Und das ist Mensch Stay Setz dich doch mal woanders hin Da sitz ich Ja gut Hätten wir das auch mal geklärt Meiner Meinung nach Absolut richtiger Schritt Aber nicht mal zwei Monate Darauf lenkt der Mitgründer von Stake Auf einmal all diese Leute Die halt diese Streams immer promotet haben Und so Diese Streams halt gemacht haben Auf seiner eigenen Plattform Das Ding bei der Sache ist halt auch Dass Skurrus, Butzi, Orange, Morange Und Co. KG Die kleinen Also die wirklich ganz ganz kleinen Fische Auf der Plattform wären Es geht hier um Leute wie Eden Ross Der Typ hat oft ganz entspanntes Johannesbärchen Die haben auch mal sieben Millionen Follower auf Twitch gehabt Oder auch Trainwreck Der 2,1 Millionen Follower auf Twitch hatte Die holen einfach F***ing Österreich Auf ihrer Plattform Aber der Fakt ist Kick.com Diese ganzen Glücksspielstreams Komplett promotet Und das überhaupt egal ist Was für einen Anbieter du hast Das ist nicht das Einzige Was für sie spricht Das andere was für sie spricht Geht mal wieder von Twitch selber aus Die passen nochmal die Vergütung an Du kriegst 70% aber halt In Einführungszeichen nur Bis 100.000 US-Dollar Jährlich Und alles da drüber 50-50 Einnahmen, die über 100.000 US-Dollar hinausgehen Unterliegen in der Zukunft Der Standardaufteilung Von 50-50 Und als Dankeschön Dass du bei uns so viel streamst Wenn du die über 100.000 jetzt verdienst Kriegst du nicht mehr 70% ab Wir finden es so korrekt Dass du so reinhustelst Du kriegst nur noch 15% Ist das nicht ein fairer Deal? Ach du willst das nicht? Egal wir machen es kurz neben Das ist Twitch Man merkt halt Das ist ja im Grunde genommen Eigentlich auch eine einseitige Vertragsänderung Jetzt wäre halt die Frage Ich meine ja Wir als Twitch-Partner Gehen einen Vertrag mit Twitch ein Eigentlich wäre der Vertrag Dann ja nach deutschem Recht Und es muss ja nach dem Nach dem Recht Der Partner Gehen Ist das ja eigentlich ungültig Außer man Sie sagen halt Man hat so lange Frist Und kündigen das an Und man könnte widersprechen Theoretisch könnte Stay Wenn man danach geht Auch jetzt schon aus seinem Vertrag raus Wenn er das nicht anerkennt Das müsste Sonderkündigung sein Das müsste auch bei Bei solchen Verträgen möglich sein Mein Patsy Zu sagen, dass man Trainwreck Auf Kick geholt hätte Ist wie zu sagen Meta hätte Zuckerberg angeworben Steckt halt mit drin Aber es geht halt da drum Trainwreck ist glaube ich Gebannt Auf Twitch Mittlerweile Und ist jetzt halt sehr sehr hart Auf Auf Kick natürlich unterwegs Ich denke mal da geht das aus Die tun langsam die Daumenschrauben Anziehen Obwohl doch eigentlich schon so gut läuft Und alle happy sind Wollen sie halt einfach Noch mehr Geld rausquetschen Kick auf der anderen Seite Zahlt all ihren Streamern Exakt das gleiche Und jetzt Achtung anschnallen Es sind keine 50% 95% bezahlt Kick Sorry für Spoiler Es sind keine 70% Kick.com Zahlt ihren Streamern 95% 95% Kannst du das vorstellen Anscheinend sind die restlichen 5% Nur noch da Um halt keine Ahnung Serverkosten Und halt die Angestellten Und sowas zu decken Bevor Stay jetzt was sagt Sag ich jetzt was Es macht natürlich irgendwo Sinn Weil sie nutzen ja ihre eigene Infrastruktur Richtig ist halt alles Blood Money Aber sie nutzen halt ihre eigene Infrastruktur Für die Plattform Kick Die ja zu Easy Go und Stay gehört Haben wir jetzt ja gerade vorhin auch gelesen Ist das ja nichts Die freuen sich doch über jede Form von Traffic Die da drauf kommt auf die Seiten Dementsprechend ist das Win-Win Und dann können sie auch 95% ausschütten Weil sie machen ja über die Über die Glücksspiele selber schon Den Reibach ohne Ende Weil dort Menschen draufgeleitet werden Damit sie ihr Geld verbrennen Also es ist wirklich besser Das Geld anzuzünden Hat man mehr von Als es in Glücksspiel zu investieren Ja Nee Wie rentiert sich das? Genau Gute Frage Gute Frage Kaiser Halte ich an deinem Mikrofon fest Es rentiert sich nicht Es soll sich auch gar nicht rentieren Kick macht das Was Twitch 2016 Mit der Einführung von Prime Auch gemacht hat Es ist ein Versuch Den Markt aufzuwühlen Und User zu generieren Mit einem Deal Der unvernünftig erscheint Und deswegen kommen dann Leute dazu Wenn Leute also jetzt sagen Ey Digga hier 95% Das ist krank Kannst du davon ausgehen Dass das natürlich nur gemacht wird Damit Nutzer erstmal überhaupt Die Plattform betreten Wenn man aber Erfahrung Das ist ein temporärer Honigtopf Genau Wenn man allerdings die Erfahrung Von Twitch gemacht hat Und jetzt sieht wie sich das entwickelt Könnte man also schlauer sein Und sagen Alter auf so eine Scheiße falle ich nicht rein Ich lasse mich doch nicht wieder Irgendwie in so eine Scheiße reinbeten Und am Ende des Tages Nehmen die mir mein Revenue weg Also Der YouTuber Zach Schad Hat sich genau diese Frage auch gestellt Und by the way Bombenkanal Wenn ihr Englisch sprecht Go subscribe Zach If you see this You're my man Der Süd ist zu dem Entschluss gekommen Und das klingt meiner Meinung nach Auch sehr logisch Dass Kick an sich Theoretisch keinen Gewinn einbringen muss Sondern nur Als Werbeplattform Für Steak gelten soll Überleg dir mal In Steak Das reicht ja für Steak Auch schon absolut aus Sie erhöhen damit ihre Userschaft Durch die Streaming Plattform Kick Und machen damit weit mehr Umsätze Als sie wahrscheinlich aus der Plattform Selber rausholen können Aber ich hab auch das Gefühl Dass sie das irgendwann machen werden Weil im Grunde genommen Ist das einfach nur eine Subventionierung Und Entweder verschwindet die Plattform Relativ schnell wieder Oder man wird die Schritte Irgendwann einrichten Wie Twitch das macht Ne ich denk mal Er hat ihn einfach nur erwähnt Als Anna von Menschen Liegt fett viel Kohle drinnen Nicht in den 5% Die du bei Kick verdienst Um das alles aber jetzt Nochmal toppen zu können Hat sich Steak Eine Sache überlegt Und jetzt pass auf Die Plattformen Schauen nämlich fast Exakt ident aus Jetzt gib dir das mal Das hier ist Twitch Okay Alles ganz okay Oh Gott in Weiß Wie wir es halt kennen Das hier Ist Steak Äh Kick So heißt es Die Kategorien sehen Extrem ähnlich aus Ja Empfohlene Kanäle Vorgeschlagene Streams Streams Sogar die Clips Und die Videos Digga Alles ist so gut wie gleich Was gibt es denn überhaupt Für Kategorien Du auf Twitch hast du Spiele IRL Musik E-Sports Und Creative Und bei Kick Spiele IRL Musik Glücksspiel Und Creative Einmal mal E-Sports Durch Glücksspieler Jetzt kann man machen Aber eine Frage Haben die bei Kick Auch die Pummel für 86? Ich glaub's nicht Habe die Bar verkauft Und streamen ab jetzt Casino Hallo? Bist du noch da? Okay Kick will auf jeden Fall Aus seiner Plattform Safety und Familiarity Ausstrahlen Und das schreiben sie auch Auf ihrer eigenen Website Und das ist halt auch Glücksspiel und Sicherheit Das sind halt So Sachen Die sollte man niemals In einem Satz Zusammensagen Nicht mal Nicht mal denken Sollte man das Weißt du Die wollen halt anscheinend Ähnlich aussehen wie Twitch Behaupte ich jetzt einfach mal Ist meine Auffassung Aber sie haben ein Problem Wahrscheinlich sogar Das größte Problem Was du als Livestream Plattform Haben kannst Und zwar Ich stream dort nicht Nein Spaß Ja Same Tito Sie haben halt so gut Gar keine Zuschauer Wenn du in die Kategorien Von Twitch reinschaust Und dann in die Kategorien Von Kick Bruder Das ist halt Slot und Casino Hat By the way In dem Moment Wo ich das aufnehme Am 17 Uhr irgendwas Mit Abstand Die meisten Zuschauer Und die Top 3 Streamer Machen einfach mehr Als die Hälfte aus Bruder Da ist Nussbrot los Da fragt man sich dann schon Wie das möglich ist Dass die Leute Die auf Twitch halt Mit der Zeit Immer mehr an Relevanz verlieren So No front Ist jetzt nicht mal böse gemeint Das ist einfach der Lauf der Dinge Ja Dass die dann auf einmal Auf Kick Zu den größten Livestreamern Überhaupt zählen Viewbotting Ist die Antwort Es ist natürlich auch klar Also Da muss man Folgendes Argument Mit aufgreifen Ich hab das zuletzt erst gehört Weil es eine lustige Anfrage gab Bezüglich Gambling Die aus Versehen bei Karl Gelandet ist Also grüße gehen raus Und meinen Kollegen Karl Und in dieser Anfrage bezüglich Casino Stand einfach drinnen Wenn sie dieses Placement annehmen Dann ist der Partner auch bereit Sich ihre Stream Wie nennt Warte mal Wie heißt das Äh Impressionen zu erhöhen Also haben sie klipp und klar So gesagt Ja also Also wenn sie das Annehmen Wir Bocken sie in den Himmel Machen wir Kennen wir uns schon mit aus Machen wir auf anderen Plattformen auch Also ich hab zwar schon Auch schon Casino Anfragen gekriegt Die ich entweder ignoriert habe Oder abgelehnt habe In beinahe Diebreizendsten Art Aber da stand noch nichts drinnen Dass man irgendwie versucht Dann meine Reichweite Damit zu erhöhen Okay Also es ist einfach Da wird halt Und das muss man halt einfach sagen Die werden halt einfach gebottet Damit es so aussieht Als wäre das Ein guter Deal Dass die aber 3000 oder 5000 Zuschauer haben Ist recht unrealistisch Die werden so 100 bis 1000 haben Vielleicht auch 1500 Ich selbst Weiß aus eigener Erfahrung Wie schwierig es ist Selbst mit einem bestehenden Riesigen Zuschauerpool Nutzer von der Plattform A Zur Plattform B zu bekommen Ich streame Also Die Die YouTube Streams Ist tatsächlich Wenn man so sagt So Pi mal Daumen Der hat so 6.000 7.000 Viewer Hier auf Twitch Geht's nun mal um Einen groben Wert zu haben Ich hab ihn auch schon Auf YouTube Stream sehen Dann ist er dabei Zwischen 1000 und 2000 Meist Also es ist schon Ein immenser Unterschied Du kannst gar nicht So viele User Irgendwo mit hinziehen Das hat noch bei So gut wie Keinem Creator Funktioniert Ich streame seit 2019 Auf allen möglichen Plattformen Auf Mixer Auf YouTube Auf Facebook Auf Trovo Also auf eigentlich Allen die es gibt Und ich kann durchaus sagen Dass es niemals 1 zu 1 geht Es geht einfach nicht 1 zu 1 Du kannst nicht erwarten Dass du 1 zu 1 Zuschauer rübernimmst Selbst wenn du Dir so viel Mühe gibst Beim ersten Stream Das erste Mal Wenn du das machst Alle rüber zu nehmen Es wird Nicht funktionieren Besonders beim zweiten Oder dritten Stream Wird es immer weniger Es ist Einfach Die Leute sind zu sehr An Twitch gewöhnt Und das ist ja Etwas das Das muss man einfach So hinnehmen Es ist so Es gehört Dazu Dass Die Leute Gewohnheitstiere sind Und deswegen Ist es schwierig Für die die Plattform zu ändern Hat Steak Sich vielleicht deswegen gedacht Sie bauen Kick so auf Dass sie Quasi einfach nur YouTube-Klonen Wie Stream Elements Das auch gerne mal macht Zuschauer Ist unglaublich schwer Aber Zuschauer wollen eben auch Ihr bekanntes System nicht verlassen Richtig Vermutung ist halt deswegen Dass sie die Seite versucht haben Eins zu eins umzubauen Das halt ne Sieht doch alles gleich aus Fühlt sich doch alles genauso an Ja ist halt eine andere Domain Und das war's Aber selbst das funktioniert nicht Aber wenn man das weiß Dann kann man sich darauf auch einstellen Ich kann nur sagen Mit meiner Erfahrung Und dem was ich da sehe Es ist 100% gebottet Alter Es ist Es ist 100% gebottet Es kann jetzt natürlich sein Dass Skurros Orange Morange Und Batzi Ja Batzi mit dem Großen Spatzi Dass die es geschafft haben So ihre Community Komplett Also wirklich vollständig Mit auf die andere Plattform zu nehmen Geht nicht Teilweise wahrscheinlich noch Irgendwo am Weg Dorthin neue Zuschauer Mitgenommen haben Ist meiner Meinung nach Extrem unwahrscheinlich Ja ist Ist möglich Ja aber Imagine ich würde So Videos auf Dailymotion machen Was geht meine Freunde Herzlich Willkommen Zum neuen Video Hier Beste Sendung Auf Dailymotion Erstens Dass ich das komplett Und zweitens halt Wie viele Leute Wir nun halt wirklich rüberkommen So ein paar hundert Vielleicht am Anfang Noch ein paar tausend Und dann halt Genau genau Das ist genau das Was ich meinte Am Anfang kann das Noch mal mehr sein Dass der Eindruck Nicht so erst steht Aber alter Ey ich hab auf Twitch Durchschnittlich Warte mal 6.000, 7.000 Wenn ich in meinem Main Content bin Also just chatting Wenn ich Gaming Content mache Zwischen 2 und 4 Ja sowas Das ist schon vollkommen viel Ey wenn ich mit dem gleichen Content Am gleichen Tag Auf YouTube Live gehe Hab ich vielleicht 2.000 oder 3.000 Wenn es hochkommt So ich hab einfach Über die Hälfte Einbrüche Einfach weil ich Eine andere Plattform nutze Und das muss man wissen Und das ist nicht einmal so Sondern ich mach das schon Eine ganze Weile Auf allen möglichen Plattformen Alter Das ist Es ist äußerst unrealistisch Was natürlich auch sein könnte Ja aber das weiß ich nicht For a fact So das ist jetzt nur Spekulatius und sowas Ist das Kick an sich Halt die Twitch Streamer Zu sich rüber holt Und dann dort Manuell die ganzen Aufrufzahlen Und so ein bisschen Erhöht Weil ich glaub nicht Dass die Streamer Selber botten So einem Batze Wils halt nicht jucken Wie viele Leute zuschauen Der will halt nur So eine Kohle haben Und ab Nachher machen sie es so Ja auf Ich mein es gibt ja Nicht umsonst So viele Statistikseiten Im Internet Die das ganz genau Tracken Und die da richtig Pingelig sind Und wenn du dann Einen Peak hast Der dann auf einmal So eine kurze Pause Und dann wieder so hoch Schlägt Das ist dann halt schon Ziemlich merkwürdig Weil es schneiden nicht immer Exakt 100 oder 200 Leute Gleichzeitig ein Das geht gar nicht Ne 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 Die werden da schon Die werden da schon Das wird schon Also ich glaube auch nicht Dass sie es selber machen Aber die Frage ist Was heißt denn selber machen Die Plattform Macht das für die Vielleicht könnte man sagen Also es ist schon Ihr könnt euch nicht vorstellen Wie wichtig das Ego Für solche Leute ist Wenn die auf ihrer Zuschauerzahl 100 Viewer stehen würden Wenn da 100 Viewer stehen würden Bruder Was OrangeMorange Bereit wäre zu tun Wenn der 100 Viewer hätte Der würde von ganz Twitch Deutschland die Adressen leaken Damit er wieder Aufmerksamkeit bekommt Weil das Ding bei der Sache ist Die hohen Viewerzahlen Würden anderes Ja aber du hast da halt Nur diesen Peak Erst ganz ganz am Anfang Ne ne Und trotzdem Irgendwann fällt es den Leuten Halt auch auf Wenn dann halt nichts los ist Und gerade bei Bei Slots Ich meine man hat was Bei Knossi und Co gesehen Der Chat ist am Rampagen Durchgeht Gut das kann man mit Chatbots Auch wieder ausgleichen Stimmt schon Es ist aber trotzdem halt Ein großer Unterschied Ich hab mich noch nicht Auf die Seite getraut Also ich Ich will meinen Traffic Daran nicht verschwenden Dass ich jetzt mal bei Kick reinschaue GPT-4 Chatter Wahrscheinlich ja Hab ich letztens erst Noch was drüber gelesen Dass einige Unternehmen Tatsächlich Neue Chatbots Entwickeln wollen Die halt Auf Basis von GPT-4 Halt wirklich Einen echten User Fingieren sollen Damit das Ganze Nicht auffällt Streamer auch anlocken Oder vielleicht Neue Streamer anlocken Gerade auf Kick zu gehen Und dann dort anzufangen Zu streamen Weil das wird dann Insgesamt einfach Mehr Werbung Für Steak machen Im Endeffekt weiß ich es nicht Ja ich könnte genauso gut raten Wie ihr Ich kann es halt nicht beweisen So das ist halt das Ding Aber die ganzen Connections Zu Steak Die komischen View Accounts Das ähnliche Design Zu Twitch Die extrem hohe Gewinnausschüttung So Das sind alles Wirklich weirde Sachen Eins darf man bei der Sache Allerdings nicht vergessen Und zwar Über den Link in der Beschreibung Könnt ihr Cyberghost VPN ausprobieren Und eure Daten Durch eine VPN Tunnel Umleiten lassen Was sagt ihr meine Freunde Ist Kick eine ernsthafte Konkurrenz Zu Twitch Oder wird das auch Irgendwann mal einfach So wie Mixer Und die ganzen anderen So in der Versenkung Verschwinden Lasst mich gerne wissen meine Freunde Lasst mir auch gerne ein Like Da lasst mir gerne ein Abo da Viele Leute Die es noch nicht gemacht haben Ich bedanke mich Fürs Zuschauen Folgt mir gerne auf Kick Und damit bis zum nächsten Mal Sehr stabil Sehr stabil Na wenn ihr es euch auch nochmal in Ruhe anschauen möchtet Und ich schnapp mir auch nochmal das Original Video hier Wahrscheinlich habt ihr mitbekommen Ei 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 So hier gleich mal ein Abo da lassen Aber doch schon Recht gut zusammengefasst Und vor allem sehr sehr humorös Ich frag mich ob er den ganzen Kram noch selber schneidet Weil Seine Videos sind wirklich Wirklich Hochwertig aufgebaut Mit den ganzen Einspielern Und allem drum und dran Das ist eine Arschvoll Arbeit Da würde ich auch gerne mal hinkommen Aber ich hab nicht die Zeit Und nicht die Geduld